Ja, Panikattacken sind im Schlaf möglich. Man kann sich das so vorstellen, wenn man einmal eine Panikattacke hat und immer wieder von Panikattacken heimgesucht wird, dann stellt sich da ein Muster ein im Körper oder im Gehirn. Ein Zustand gekoppelt von Gefühlen, Gedanken, Verhaltensmustern, körperlichen Reaktionen, wo sich durch das mehrmalige Wiederleben immer mehr einspielt. Das Hasme geratet immer schneller und leichter in den Zustand. So kann es passieren, dass man im Schlaf in den Zustand geratet.